So, meine lieben Lachinger, willkommen zurück zu einem neuen Part von Dragon Age Inquisition. Im letzten Part haben wir unsere Leute befreit und mit Fiona gerät. Alle hier sind schon mit rotem Lyrium infiziert. Bei Fiona war es ganz stimmt, bei Fiona ist das rote Lyrium aus dem Körper rausgewachsen. Unsere beiden Freunde hier, Blackfowl und Dorian, haben noch einigermaßen Glück gehabt, nur ihre Augen sind ein bisschen rot am leuchten. Wir haben jetzt geht es gemeinsam los, wir müssen jetzt Liliana finden, die ist auch hier irgendwo und dann kämpfen wir gemeinsam gegen den Obermarker hier. Naja, fast Obermarker, gegen Alexios. Ja, woher wir jetzt zurück? Sie müssen hier irgendwo sein. Nee. Einer weniger! Wow. Helft mir! Ah, es ist schön zur Abwechslung mal etwas Konstruktives zu tun. Da kommt doch fast ein bisschen Nostalgie auf. Sprungschuss wird nicht eins von deinen Tätigkeiten hier. Sprungschuss, ja. Siehste? So, äh... ...Werrick... ...was jetzt so war... ...Ring... ...ehm... ...löchere Fälle, nein... ...nein... ...und Sprungschuss, den setzt ihr auch immer ein. Hm, 30% mehr Schaden, wenn du das machst. Klingt doch gut. Teilen Speicherer... Wo soll ich das überschreiben? Überschreiben. Ein Pentagram... ...angedeutetes und ein Ziegenkopf drin. Joi... Okay. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich bin ein bisschen angeschlagen, aber egal. Guten Tag. Will jemand spielen? Hm. Oh. Hm. Hm. Seht euch um. Vielleicht finden wir was, dass wir brauchen können. Gibt es an den neuen Gutsch? Vorräte aufgestoppt, super! Was ist das? Oh, hier sind wir noch ein bisschen Zeit. Tagebuch eine Woche. Gibt es einen Gürtel? Ja, wir haben alle einen Gürtel. Da ist auch noch was. Dreieckige Kiste, okay. Schattenlieferbogen. Was ist das? Ich schätze mal, der von Serra ist viel besser. So kann man den auch verkaufen. Okay. Wir können noch ein bisschen was... Oh, okay. Da hängt auch schön. Wir können noch ein bisschen was aufheben. Aufnehmen, meine ich. Werk. Klick. Da ist nichts. Nein. Hier ist er nicht. Da haben wir... Immer mitzuschneid zu verkaufen. Hüterstab des Blitzes Ich glaube Elektro war Wenn ich das so richtig verstanden werde Wie ihr das gesehen habt War Elektro glaube ich ganz gut Gegen Wie stark ist denn dein Stab Was du jetzt hast 45 Und wohl der ist stärker Nur mal den bitte Was testen Auch ein Hüterstab Okay ich sehe aus wie eine Handsch Hahaha Und du kannst... Was ist denn, Yana? Und ab nach oben. Guten Tag. Hallo? Na, haus? Na, haus? Eurgh. Eurgh. Was ist denn das denn für die da? Ah, das sind nur so Käfige. Okay. Oh nix. Komische Streitkolben. Was auch immer. Ich will nicht wissen wie diese... ...Folterbänke funktionieren. Alter, wer hat das denn im Kopf? Eurgh. Ehh, ist gut. Blackwall, beruhig dich. Wir können gleich hier und zusammen brügeln, ha? Nicht wie ein... ...überklopter hin und her rein. Okay. Es gibt keinen Erbauer. Der Älteste hat ihm alles genommen und wird schon bald aus seiner Stadt heraus herrschen. Das macht ihn noch nicht zu einem Gott. Oh. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin überrascht, dass sie sie so lange am Leben gelassen haben, die arme Frau. Ach, er hat sich hinter mir stehen, er wollte hier, der Feigling. Hä? Leli? Leli? Ja? Leli? 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 Ach, eine Kirschenschwester war das. Okay. Ich weiß, dass sie wieder Leli, aber es war eine Kirschenschwester. Leli? Platz, Dicke? Danke. Woher wusstet Rebellion von dem Opfer im Tempel? Antwortet! Niemand! Euer Widerstand ist zündlich. Ich werde euch brechen. Er sterbe ich. Oder ihr. Ihr lebt. Super. Das ist eine lange Geschichte. Jetzt habe ich es gesehen. Nun, das war beeindruckend. Zorn ist stärker als jeglicher Schmerz. Habt ihr Waffen? Gut. Der Magister ist vermutlich in seinen Gemächern. Seid ihr überhaupt nicht neugierig, wie wir hierher gekommen sind? Nein. Alexius hat uns in die Zukunft geschickt. Das hier. Sein Sieg. Sein Ältester. Es hätte nie dazu kommen sollen. Ich muss Alexius finden und seinen Zauber umkehren. Wenn wir es schaffen, in unsere Gegenwart zurückzukehren, können wir verhindern, dass diese Zukunft jemals eintritt. Und da fragen sich die Magier immer, warum die Leute sie fürchten. Niemand sollte eine derartige Macht besitzen. Sie ist gefährlich und unvorhersehbar. Vor der Bresche war nichts, was wir getan haben. Das reicht. Für euch ist das alles hier unwirklich. Nur irgendeine Zukunft, von der ihr hofft, dass sie niemals Realität wird. Aber ich habe gelitten. Die ganze Welt hat gelitten. Und das war real. Ich muss mal ganz kurz missgucken. Mal kurz das Internet jetzt wieder weg ist bei mir. Kleinen Moment. Ah doch, es geht wieder. Okay. Okay, okay, okay. Es geht wieder. Mal kurz, wenn wir trotzdem speichern. Was ist geschehen, während wir fort waren? Hört auf zu reden. Ich bitte doch lediglich um Informationen. Nein, ihr redet um die Stille zu füllen. Glaubt mir, ihr wollt nichts von dem, was geschehen ist, wissen. Hey, Lenny. Mann, wie schön. Kann man dich ausrüsten? Nee. Nur unsere Leute. Gut, dann... Und dann... Hm. Hm. Dann sind wir jetzt zusammen. Und hier kommen... Ah, hier ist nichts da durch. Okay. Scheint es, als wenn hier ein Gedächtnis der Bosskampf stattfinden wird. Weiß ich nicht. Wir müssen Alexios finden. Ich bin mir sicher erst in einem ansprechenderen Teil des Schlosses, falls es hier so etwas geht. Nein, an dem stehe ich mir vorall. Oh! Oh, bitte, danke. Wo ist der Rest da? Aua! Okay. Okay. Die Not holen. Geht dann da weiter noch. Ja. Okay. Es scheint, als sei da oben dann jetzt gleich der Bosskampf. Okay. Na, wo war das nochmal mit dem Getränk, äh, die Tränke auffüllen? Das ist da unten irgendwo. Sonst würde ich jetzt nochmal kurz offscreen hingehen nochmal die ganzen Tränke auffüllen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier an dieser Stelle. Und dann versuchen wir zu Alexios zu gelangen und ihn aufzuhalten. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.